Liebe Leute, es geht weiter mit Assassin's Creed Odyssey an diesem wunderbaren Donnerstag. Heute ist Patch Day, Patch 1.2.0. Zusätzlich haben wir dann noch einige Neuerungen und zwar eine Atlantis-Quest. Auf jeden Fall geht jetzt hier die Atlantis-Quest los und dafür bitte ich um Ruhe. Und wir legen jetzt los. Das wird richtig aufregend. Und guck mal, Alter. Damit doch direkt mal ein Selfie. Wer gerne noch auf Twitch vorbeischaut, der kann gerne noch auf Twitch vorbeischauen. Und wir starten jetzt echt mal die Quest. Hüterin, du bist weit gereist. Hüterin? Mein Name ist Kassandra. Namen ändern sich, aber diese Aufgabe nicht. Du hältst das große Siegel ungebrochen und den Stab des Hermes Trismegistus sicher. Ich bestimme darüber, welche Aufgaben ich erfülle. Sag mir, wer du bist. Man heißt mich vieles. Doch du kannst mich Alithia nennen. Dank des Stabs in deinen Händen sind wir nun verbunden. Verbunden? Weh. Ich kann mich dir nun in einer Form zeigen, die du erkennst. Du musst mich zur Erbin der Erinnerung bringen. Selbst jetzt schaut sie uns zu. Wenn ich zu dir spreche, spreche ich durch dich zu ihr. Nichts davon ergibt irgendeinen Sinn, Alithia. Das wird es. In Atlantis hielt sich das große Siegel vor Pythagoras verborgen. Es will gebrochen werden, aber nicht von ihm. Du musst die Erbin der Erinnerung darauf vorbereiten. Erbin der Erinnerung gleich Leila? Oh, guck mal, Leila! Ja, Moin! Die Pre-Quest, die Vor-Quest für dieses DLC, die ist nämlich kostenlos für alle. Die Hüterin hat mich zu dir gebracht. Ihr Gelübde wurde erfüllt. Und nun bin ich mit dir verbunden. Erbin der Erinnerung. Dies ist das große Siegel von Atlantis. Es hat lange auf dich gewartet. Victoria? Alithias Stimme kommt aus dem Stab. Victoria? Der Eindringling kann dich nicht hören. Du störst meinen Funk? Konzentrier dich, Leila. Du wirst nicht verrückt, glaube ich. Diese Erinnerung, wenn das keine Fehlfunktion des Animus war. War Cassandra die Hüterin, die den Stab für mich verwachte? Und irgendwie ist der Stab für Audioübertragungen ausgerüstet und mit diesem Siegel verbunden. Diese Symbole, es sieht fast wie ein Verschlussmechanismus aus. Benenne die Symbole in der richtigen Reihenfolge und das Siegel wird sich öffnen. Okay, sprechender Stock. Aber welche Symbole und in welcher Reihenfolge? Das muss doch herauszufinden sein. Die Hüterin bewahrte dieses Wissen. Alter, ihr zwei? Ich gehe zurück in den Animus. Wenn das Signal durchkommt und ihr meine Vitalparameter überwachen könnt, schön. Falls nicht, Tjep, dann könnt ihr gern behaupten, ihr hättet mich gewarnt. Tjep! 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 Hast du mich deshalb hierher zurückgebracht? Hier verband sich die Rolle der Hüterin mit dir, obschon du dies noch nicht wusstest. Um nun die Wahrheit zu enthüllen, müssen wir zu Teras. Wie erkenne ich diese erbende Erinnerung, wenn ich sie sehe? Sie wird zu dir kommen. Deine Reise endet in der Halle von Atlantis, wo ihre wahre Reise beginnt. Ich verstehe nicht, wer die Hüterin ist. Die Hüterin ist keine Person, sondern eine Aufgabe. Pythagoras wollte die Macht des Stabs ausnutzen. Die Aufgabe der Hüterin ist, sie zu bändigen und den Stab nicht in die falschen Hände fallen zu lassen, bis die Erbin der Erinnerung auftaucht. Wer oder was bist du? Ich bin Alithia. Pythagoras nannte mein Volk jene, die vor uns kamen. Aber wir sind die Isu. Wie du trug ich eine Rebellion in die Welt, doch es kam zu Komplikationen. Ich übertrug mein Bewusstsein in den Stab des Hermes Trismegistus, damit ich mit dir und der Erbin sprechen kann. Teras könnte überall sein. Ich weiß, dass er nach Serifos gebracht wurde, aber sehr vorsichtig. Er ging gegen seinen Willen. Ich werde Teras finden. Ich schätze, du kommst mit mir? Unsere Vorhaben decken sich. Leila, bitte melden. Helena, bist du... Leila, melde dich bei mir. Serifos, Wiege der Mythen. Westlich der Waldhütte. Das klingt für mich erstmal nach... So. Vielleicht, oder? Nördlicher Teil westlich. Klingt eigentlich nach diesem Ufer. Gehen wir mal hin. Da freue ich mich natürlich drüber. Guck mal, wir haben ja Ekeros. Wir müssen gar nicht nachdenken. Sorry, Leute. Ich weiß nicht mehr, als Fidias wusste. Bitte. Aufhören. Ich will aufhören. Aber ich kann nicht. Nicht, bis du uns sagst, wo du die Symbole in Fidias Werkstatt gefunden hast. Ablenken. Angreifen. Nichts tun. Meistens ist Angriff die beste Ablenkung, oder? Roms. Juhu. Mal gucken, wie viel Bums das neue Set hat. Oh, passt. Ab und vor Bums. Wir müssen hier nochmal die Maus auf Slow einstellen. So. Jetzt kann man besser aimen. Schöner Frau, du wirst nicht glauben, wie erleichtert ich bin, dich zu sehen. Geht es dir gut? Es ist nichts im Vergleich zu dem, was sie Fidias antaten. Hast du es gehört? Was ist mit Fidias geschehen? Ich kenne nur Gerüchte. Ein goldgewandeter Mann kam in seine Werkstatt, folterte ihn, brach ihm die Hände. Sein Körper war zu zerschunden für ein richtiges Begräbnis. Alles wegen dieser Symbole. Symbole? Ich habe die Gräber von Agamemnon, Aetheokles und Orion erforscht. Ich bin ein Reisender wie du. Ich fand die Symbole und machte einen Abrieb auf Pergament, um ihm Fidias zu schenken. Du musst einen sicheren Ort finden, Teras. Du kannst mit uns auf der Adrastea segeln. Ich würde ewig in deiner Schuld stehen. Nimm diese Karte. Sie ist ungenau. Meine Fähigkeiten sind bescheiden. Chiere Adlerfrau. Finde. Chiere Adlerfrau. Teras im Besatzungsmenü. Wollen wir uns den mal reinziehen? Vielleicht kann der ja was. Nope. Okay, drei begrabene Symbole. Agamemnon-Symbol, Aetheokles-Symbol und Orion-Symbol. Die müssen wir auf jeden Fall finden. Dafür gibt es EP und Gold. Für alles. Ach, wir müssen in Gräber rein. Ja, dann Agamemnon zuerst, oder? Ach, guck mal, wer da drin ist. Hallo. Du hast Agamemnons Grab entdeckt. Hier wird die Erbin die Symbole finden, die sie sucht. Und was jetzt? Jetzt ist relativ. Wird die Erbin mit diesem Wissen die Augen öffnen und das Symbol entschlüsseln? Das wird sie jetzt. Also, ich warte einfach hier oder so? Unsere Aufgabe ist bereits abgeschlossen. Was jetzt kommt, muss sie allein tun. Ich bin jetzt bereit, die Erbin zu treffen. Wann ist es soweit? Du verstehst also. Aber du weißt noch nicht, dass du sie zwar noch treffen musst, sie dich aber schon sehr gut kennt. Was mache ich denn nun mit dem Stab? Bewahre ihn und lasse dich von ihm bewahren. Du wirst dem Tod niemals erliegen. Jeder, den du kennst und liebst, wird sterben. Du wirst wieder lieben. Doch auch sie werden sterben. Nur du wirst nicht vergehen. Das war doch einfach. Alter, ihr zwei, ich kenne unser nächstes Ziel. Gut, wo geht es hin? Agamemnons Grab in Agulis. Sie hält das Knicklicht wie eine Fackel. Das nenne ich mal Sirhaf. Ih. Pilze? Das war damals aber noch gepflegter. Oh. Oh. Ja, ne, du Klumpi, macht auf jeden Fall Bock. Und damit herzlich willkommen zu einer Runde Assassin's Creed Odyssey. Hey, was ist das denn? Das Symbol. Gut gemacht, Erwin. Wie geil ist das denn? Aha. Voll aufregend. Es gibt noch zwei Symbole zu entdecken. Ich gehe zurück in den Animus. Back to the Animus, please. Genau. Graf von Äthioklis. Wir haben nicht genügend Äthioklis. Sire. Guck mal, wer da ist. Unsere beste Freundin. Hey, ne? Die Erinnerung muss in diesen alten Hallen nach dem Symbol suchen. Wird die Erbin dieser Aufgabe gewachsen sein? Ich schätze, das wird sie jetzt? Jeder Schritt führt dich einen langen Weg zur Erbin. Was du ihr nicht zeigen kannst, wird Dimos ihr zeigen. Dimos? Wie? Die Erbin weiß es, wenn es so weit ist. Alter, ihr zwei, ich habe... Kassandra hat den nächsten Ort gefunden. Gute Arbeit. Wohin geht es? Zu Äthioklis, Graf. Ich glaube, ich habe einen Weg hinein gefunden. 2000 Jahre später. Ja, du kannst die Lampen... Die Feuer leider echt nicht mit der Lampe anzünden. Das ist ein bisschen schade. Da haben wir auch schon das... Coole Symbol. Ey, das sieht aus wie ein Ubisoft-Logo. Das ist locker ein Ubisoft-Logo. Eigenwerbung stinkt. Apropos Eigenwerbung. Wer möchte, kann gerne noch bei mir auf Twitch vorbeischauen. Der Arno mal wieder. Dieser Raum ist für die Vergangenheit wichtig. Ja, das dachte ich mir. Die Truhen kann man nicht holen, genau. So sieht es aus. Ja, moin, der Season Pass ist unterschiedlich teuer. Wir können deine Sicherheit, das will ich garantieren. Der Stab... Der Stab macht mich und sterbt. Ich komme klar. Leila, bitte. Leila ist schon mega abgehoben. Der Stab macht dich und sterbt dich. Ich bin was Besseres. Ist schon krass drauf. Kennt ihr das? Ich weiß, das ist jetzt ein scheiß Vorurteil. Aber Frauen finden im Supermarkt irgendwie alles und ich nix. Keine Ahnung. Ich gucke immer so flüchtig drüber. Wie ich die Karte so lese. Ah, hier ist es. Grab des Orion. Hier. Ja, moin. Mäh. See. Können wir? Freundin? Aletia, a.k.a. Die Erben sehen, wie Leben aus dem Tod erwächst. Leben, das aus einem Grab wächst? Hätte ich das Wirken des Stabs noch nicht gesehen, würde ich es nicht glauben. Die Aufgabe der Erben ist es, dort Leben zu bringen, wo Tod war. Und deine Aufgabe nötigt, dich Verluste zu erleiden und dir jene vor Augen zu führen, die du nie wiedersehen wirst. Was würdest du zu ihnen sagen? Ich würde sie in den Arm nehmen und ihnen sagen, sie sollen stark sein und dass wir wieder zusammen sein werden. Erinnere dich an diese Antwort und den Schmerz, dem sie entstand. Das musst du mir nicht sagen, Aletia. Ich werde mich für immer erinnern. Es immer hüten. Und jetzt? Wird sich die Erbin der Erinnerung dem Grab stellen? Wie krass das hier aussieht. Guck mal, so grün. Wow. Much grün, such wow. Neue Lost Tales of Grease Mission, die sind immer viel im Sins. Umsonst, aber nicht kostenlos. Ah ne, kostenlos, aber nicht umsonst. So, mussten wir hier hin. Ach, guck mal, der Baum Gondors. Für Gondor. Kein Fotomodus verfügbar. Schade. Letzter Symbol. Noch ein Teil eines Sternbilds. Sie müssen zusammenpassen. Alter, ihr zwei, hört ihr mich? Uh. Okay, Leila, denk nach. Das ist der Vorbote zum DLC. Dr. Aletia, die muss, wurde mir zeigen, was mir die Hüterin nicht zeigen kann. Fideas hatte Antworten, die Teras fehlten und dafür wurde er getötet. Die Erbin ist weise. Alter, ihr zwei. Bitte melden. Leila, bitte. Alter, ihr zwei, bitte. Hast du das Symbol? Ja, wir müssen zurück nach Atlantis. Krass, wie bewaldet das ist. Wir müssen uns in der Zwischenzeit die Symbole mit Sternbildern abgleichen. Richtig, Waldemar-Style. Das ist eine Recherche als Plan B. Das ist Plan A. Kassandra wusste, wo die Symbole waren, aber kennt ihre Reihenfolge nicht. Demos bewahrt dieses Geheimnis. Wir haben seine DNS. Demos bewahrt das Geheimnis. Leila, bist du verrückt? Was, wir haben Demos-DNS? Und du solltest das auch sein. Wenn ich nach Atlantis zurückkomme, erledige ich das mit dir oder ohne dich. Spielen wir jetzt Demos? Nein, oder? Oh, guck mal. Ja, das ist es. Bist du Brison? Mein Name ist Demos. Nein, ich hörte, dass du nicht echt bist. Du bist nicht echt! Oh, ich bin echt. Hier, ich zeige es dir. Leila, dein Puls beschleunigt sich und deine Körpertemperatur ist viel zu hoch. Was ist da los? Etira, Korgat, Metin. Das ist alles, was ich weiß. Du musst mir glauben. Ach du Scheiße, was ist das denn für ein Arsch? Bitte hör auf, Zeit dir in der andere Hand zu brechen. Sprich, dann verschone ich dich. Oh, moin. Ich bin nicht hier, um dir wehzutun, Phidias. Wir sind Freunde. Ich will nur wissen, woher diese Symbole kommen. Das wirst du doch einem Freund verraten, oder? Etira. Korgat, Metin! Willst du deinen Freund etwa verärgern? Willst du deinen Freund? Nein, nein, nein! Leila, reiß dich zusammen! Leila, du bist in Gefahr! Wir müssen dich da rausholen! Nein! Keine Angst. Wir sterben alle. Aber zuerst... Sag mir, was ich wissen will. Leila, wir brechen deine Sitzung jetzt ab! Das war mal krass, oder? Also ich find's heftig, was Ubisoft dieses Mal über DLCs nachholt. Das war ja mal richtig, richtig krass. Etira. Korgat. Metin. Leila? Bitte melden! Oh nein, Leila ist jetzt verrückt. What? Sie hat einfach schon den Demos-Verstand übernommen. Der Eindringling. Er hört zu. Er? Schick mal. Ich eröffne das Feuer. Jock, zurückfallen! Ja, sie wurde getroffen! Alter, ihr zwei, meldet euch! Alter, ihr zwei! Alter, ihr zwei! Wie krass ist das denn, ey? Das ist so krass, was gerade passiert ist, Leute. Tja, die Quest verändern wirklich alles. Das große Siegel hat lange genug gewartet. Ich bin... Ich kann nicht. Ich habe in Timos Geist geblickt. Ich kann das Team nicht erreichen. Der Animus ist nicht sicher. Die Prüfungen der Erbin beginnen gerade erst. Du hast recht. Ich schaffe das. Deine Rolle ist eine von Stärke und Widerstandskraft. Nun rufe den Namen des ersten Symbols. Dieses war das erste Symbol und der erste Name, den Fidias nannte, war Itira. Die Erbin erinnert sich. Sie hat die Namen der Symbole und ihre Reihenfolge gehört. Jetzt muss sie den Namen des zweiten nennen. Es war dieses Symbol und der zweite Name, den Fidias nannte, war Korgat. Die Erbin durchlebt nicht nur Erinnerungen, sondern bewahrt sie in sich. Und jetzt das letzte Symbol. Ich erinnere mich, Fidias hat irgendwie die Reihenfolge der Symbole entschlüsselt, ohne es zu wissen. Es war Itira, Korgat, Mithi. Leila, kannst du uns hören? Vic, du lebst! Die Sigma Force hat das Schiff geentert. Kyoshi wurde angeschossen. Ich habe die Blutung gestillt. Er hat uns gerettet. Es ist nicht der Stab. Jemand hat absichtlich unser Signal gehackt. Ich habe eine neue Frequenz verschlüsselt. Nur zur Vorsicht. Wir müssen alles abschalten, bis es sicher ist. Eine Frage noch. Wie fühlst du dich? Es tut gut, eure Stimmen zu hören. Hört mal, ich habe das große Segel gebrochen. Atlantis ist offen. Bitte, geh nicht rein, bis wir eine sichere Verbindung aufrechterhalten können. Ich will das genauso sehr wie du, aber wir müssen das gemeinsam tun. Alles klar, Doktor. Atlantis hat so lange gewartet, es kann noch etwas länger warten. Bis dahin bin ich hier unten sicher. Gib mir Bescheid, wenn Kyoshi wieder auf den Beinen ist. Danke, Torin. Ich freue mich, deine Stimme zu hören. Bis dahin hat die Altair 2 Funkstelle. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit. Und wir sehen uns dann im nächsten Stream auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, wieder schauen und reingehauen. Und dann würde ich sagen, wieder auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit.